Yo meine Freunde, was geht ab? Hier ist euer Delma mit einer neuen Reaction zu Silla Go Fast, produziert von Brooks. Ich bin gespannt, ich habe lange nicht mehr auf Silla reagiert, ich bin hyped auf den Bruder, weil der Bruder bringt immer Bretter, Bretter, let's go. Bruder, so stehen wir bald alle auf, Bruder, bald ist Ramadan wieder, wir stehen mit miesen Mundgeruch auf, Bruder, tut mir leid schon, die Leute, die neben uns arbeiten oder zur Schule gehen, Charat für euch, Charat. Bruder, ich sage euch ganz ehrlich, ich weiß bis jetzt nicht, wie die Leute aufstehen können, nachschlafen, Bruder, du bist komplett am Arsch und so und du zändest dir eine Zigarette an, Bruder. Bruder, ist doch voll der Bullshit, das ist, Bruder, wie ekelhaft ist das, ich verstehe das nicht, aber what else, jeder macht seine Scheiße. Bruder, Silla, ich sage dir jetzt ehrlich, du hast 30 Sekunden im Video jetzt noch nicht gesungen oder gerappt, oder jetzt muss es pervers werden, oder jetzt, du hast mich ein bisschen hochgepusht, jetzt muss es Riss genommen werden, jetzt muss alles rasiert werden, komm. Ich denke an den Anfang zurück, kein Geld und kein Glück, meine Probleme verrückt, nehme mir die Kilos und drück, bis jeder da draußen meinen Namen kennt, schicke ich das, schicke ich. Bis jeder meinen Namen da draußen kennt, sauberer Flow, sauberer Flow auf sauberem Beat. Das, 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 das passt, das passt, Bruder, wie diese Kirsche auf diese Tochter, Bruder, das passt wie die Faust aufs Auge, wenn du mir muckst. Handel mit Gramm, Bruder, das ist diese Drogendealer-Rap. Ihr könnt mir jetzt schreiben, boah, das hören wir zu oft, das wird zu oft gerappt, immer von der gleichen Scheiße wird es gerappt. Bruder, aber wir Jungs, wir Jungs, wir fühlen das, wir lieben das, wir brauchen das. Wenn du trainieren gehst, hörst du sowas. Wenn du vorher mit Lib reden willst und du traust dich nicht, hörst du sowas, damit du Push kriegst, Bruder, damit du straight to day gehen kannst und sagen, Herrgach, Bruder. Hase verteilt sich schneller als Omikron, nice, Alter. Der hat hier so eine rauere Stimme, das ist die feinste Ware aus Pkitama, wenn ihr wisst, was ich meine. Da wird geklatscht, getappelt nennt man das, tappel, tappel, ich klopfe. Heute so, morgen so, Mama, dankst du mir sohn. Meine Jungs werden gesucht in der Pol, trotzdem läuft alles weiter wie gewohnt. Heute so, morgen so, Mama, dankst du mir sohn. Die ganzen Sorgen, die sie hat sind zurecht. Das ist das Problem, so, ne. Das ist so, wie soll ich das sagen, das kann, du machst zwar schnelles Geld und gutes Geld, aber lohnt sich diese Paranoia, Bruder. Lohnt sich diese Paranoia. Lohnt sich, wenn deine Mutter weint. Willst du, dass deine Mutter weint? Weiß ich nicht. Muss aber jeder selbst wissen. Oh, die Hook hat Power, die Hook hat Power, go fast, die alle langen sehen. Guck mal, ich hab aber wieder gefunden, das einzige Negative an diesem Video ist, Bruder, die Nike TNs, Bruder. Das ist für mich immer noch die most ugliest Shoes ever, Bruder. Bruder, diese Schuhe sind Gottes, gottlos, gottlos hässlich. Go fast, 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 go fast. Bruder, das sind das, wenn, das werden jetzt Jugendliche dieses Lied wirklich, wenn, das wird wörtlich nehmen, Bruder, go fast, go fast, go fast, die werden jetzt alles hops nehmen, Bruder. Du siehst an jeder Straßenecke Padilla, ey, willst du, willst du ein bisschen Haribus kaufen, willst du, willst du, Haribus? Dann geht diese scheiße gut, stellt sich immer dieselbe Frage, ach, ich weiß doch selbst, dass alles hier ist nicht richtig, aber wenn du mit nichts groß geworden bist, dann lernst du, es gibt keine Rücksicht. Bruder, ich sag euch ganz ehrlich, ne, diese Zafi hier in Deutschland, du bist mit nichts aufgewachsen, Zafi, ich verstehe es hart, viele gehen auch diesen schlechten Weg, aber auch, lass dich nicht unterkriegen, Bruder, auch wenn du nichts hast, versuche mal weiter zu kämpfen und so, weil Halal Geld ist das beste Geld. 50 kg, weggedrückt, keine Handel, jede Woche, neue Ware, Kopf der Bande, ich bin die Zentrale, keine Zeit für die nächste Liebe. Ich bin die Zentrale, sagt der ja, Bruder, Slash nice, Slash nice, Slash nice, Slash auch real, verstehst du, das feiert man an ihm, Bruder, das ist, so, ich kenne ihn hier nicht, keine Ahnung, aber ich, ähm, der gibt mir den Anschein, dass alles, was er da rappt, hat er auch erlebt. Nicht so wie manch anderer. Heute so, morgen so, und jetzt, wenn der gleich diese go fast mit seiner Stimme und zieht dieses Fast ein bisschen in die Länge, kommt böse, kommt, kommt sehr böse. Ich frage mal, ich, ich frage mich, schreib mal unter die Kommentare, wie ihr so Slash feiert, der Bruder muss mehr, muss mehr in den, in diese, muss mehr gepusht werden, Bruder, weil von der Gangster-Rap-Schiene, und ich sag das immer mal, immer wieder, ist er einer der stärksten hier in Deutschland. Morgen so, Mama, dankst du mir so, die ganzen Sorgen, die sie hat, sind zurecht, denn ich will seit Jahren verfugt von dem Mond. Go fast, go fast, go fast, go fast, go fast, go fast, nice, nice, Slash go fast, checkt das auf jeden Fall ab, euer Delman, peace out.